Norddeutscher Rundfunk 2021 Loser! Ich muss euch was Tolles zeigen. Hoffentlich den Entwurf für mein Kleid. Nein, besser. Wondraschek! Ja? Wondraschek, wo kommen diese Löcher her? Ich weiß nicht, die waren plötzlich da. Vielleicht von der Sanierung? Ach, von der Sanierung. Und warum waren Sie dann gestern noch nicht da? Ja. Und vorgestern? Und vorvorgestern? Und vorvorvorgestern? Naja, also so Löcher sind ja unberechenbar. Wondraschek, schütten Sie die zu. Aber hopp, was ist, wenn jemand stürzt und sich was bricht? Sollte es sich herausstellen, dass es sich bei diesen Ausgrabungen oder was immer das sein soll, um einen dummen Schülersprecher handelt? Dann wird das für die Schuldigen ernsthafte Konsequenzen haben. Vandalismus wird an dieser Schule nicht geduldet. Ja. Na dann, bis gleich beim Kasteln. Ah! Was machst du denn da? Ach, ich verstehe einfach nicht, warum mir meine Mutter Heringe zum Essen gegeben hat. Wer ist denn sowas? Also, ich persönlich will mich ja nicht aufdringen. Aber bevor du dich wieder mit nach Hause schleppen musst... Möchtest du einen? Ja, 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 ja. Oh! Genauso schmeckt die Antarktis! Ah! Du bist schwer in Ordnung! Du auch. Weißt du was? Die anderen magischen Tiere sind voll öde. Eine alte Schildbröte und einen Fuchs, der genauso langweilig ist wie sein Pippi-Fräuchchen. Aber du bist cool! Du bringst wenigstens Stimmung in den Laden. Ja, ich weiß. Das hat man mir schon öfter gesagt. Und weißt du was? Das stimmt! Juri! Hier bist du! Hm, gut, dass du kommst! Was hältst du davon, wenn wir heute Nachmittag bei mir zu Hause die große Schlussszene zusammenproben, wo Adelheiten den Räuberhauptmann kämpft? Heute Nachmittag? Na ja, da wollte ich eigentlich... Na klar kommen wir! Jo freut sich schon! Supi! Dann bis nachher! Das ist die Schuhe! Meinst du nicht, du hast jetzt genug geprobt? Ich will mich morgen vor wieder nicht vermieren. Schon mal was von den antarktischen Karaoke-Meisterschaften gehört? Und rate mal, wer gewonnen hat! Me! Myself! Ich! Moi! Und wieso? Weil mir wurscht ist, was die Leute von mir halten. Gib mir mal nen Beat! Na los, komm! Boom Boom! Boom! Es ist Juri! Glaub mir, dass du keinen wie mich findest? Ich bin so cool, dass ich Eiswürfel pinke! Die Kette blitzt! Jede Feder sitzt! Freshie Pfefferminz! Der Freshste, den es gibt! Ich surfe auf der Ruppe auch bei Seegang! Flyer als ein Albatross! Cooler als ein Schneemann! Ein ganz normaler Pinguin? Du spinnst wohl! Wann nennt mich Juri? Die King vom Südpol! King-King-King-King-kun from... King-King-King- development so Ya все auch? King-King-King-Kinок-H 악million ist heute wieder komisch. Ein ganz normaler P Qi-Kobe jetzt bestätig! けど persona, den Plan noch kein Ein neighberes